Dieser Ford Galaxy steht hier zum Verkauf. 7 Personen haben in diesem großen grauen 5-türigen Bindplatz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei 1000 km. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und noch vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Diesel überträgt eine satte Leistung von 209 PS. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 45.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen. Autohausködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis.